Jesus geht mit seinen Jüngern an den Feldweg lang und im Feld ist eine junge Bäuerin senst da. Ich senst das oft im Feld. Und er sagt, Jungs, geht vor, ich muss mal missionieren. Und er erkennt sie, wie die Bibel ist oder wohnt ihr bei. Und dann fragt er anschließend, sag mal, weißt du eigentlich, wer ich bin? Das ist scheißegal, du bummst für ein junger Gott.